Leute, ich bin's, der Red Viper René. Ich möchte euch heute bzw. jetzt eben kurz sagen, dass ich ein Let's Play Your Map oder Let's Play Your World starten möchte. Ihr schickt mir eure Welten und ich schaue, was ihr Schönes gebaut habt und präsentiere das in meinen Videos. Wenn ihr wollt, kann ich das dann auch zum Download freigeben. Wenn nicht, dann ist auch okay. Schreibt mir einfach eine Nachricht auf meiner Homepage oder jetzt auf YouTube als Privatnachricht und schickt mir das Ganze dann über irgendwas, zum Beispiel ICQ, Skype oder was weiß ich. Schreibt mich einfach an, ich let's play dann eure Welten und ja, ich hoffe, dass ich ein paar Einsendungen bekomme und dies soll auch nur ein kleiner, ja wie soll ich das sagen, eine kleine Ankündigung sein. Und ja, ich hoffe, dass ich dann wie gesagt Einsendungen bekomme und wir sehen uns dann bis zu meinem nächsten Video und vielleicht ist das nächste Video auch schon ein Let's Play Your Map. Tschüss und bis dann, euer Red Viper René. Tschüss und bis dann, euer Red Viper René.